Okay, wie schwer kann es sein, hier durchzuspringen? Okay, schwer. Sehr schwer. Oh Mann, Gott, ich hätte springen müssen. Oh Gott, ich habe weiterhin mit dem Stuhl da hinten gekippt. Holy shit. Hier sind alle Overwatch-Spieler aus Deutschland versammelt. Komm jetzt. 3x3 Pilze. Oh, aus der Luft gesniped, die Loser. Oh, lutscht alles, Zip, Junge. Ohhhh. Boom. Okay, wollt ihr sehen, wie männlich ich bin? Watch this. Sorry, ich bin jetzt abgerutscht. So, jetzt, männlich, watch this. Endlich wieder genug Papapuas. Der Junge hat mich einfach abgezogen. Beide Flaschen sind deshalb offen. Ich hole kurz den Öffner. Richtig Freshpunkt, der Link beschreibt meine Situation ziemlich gut. Und Peter, falls du dir noch mal einen...